Hä? Also willst du mir einfach sagen, du hast eine Vorhaut? Das hab ich auch. Bro, was du meinst ist, du hast beschnittene Penisse gesehen. Nee, ich glaube nicht. Bro, bei mir ist es auch so. Zeig. Wie? Soll ich dir jetzt meinen Schwanz zeigen? Du hast doch einen Tomatis gezeigt, bro. Kannst du kurz da hinten rausholen. Willst du meinen Schwanz sehen? Ich hab eh schon gesehen. Soll ich jetzt meinen Schwanz rausholen? Ich finde, du solltest ihn rausholen. Würdest du machen? Ich würde es jetzt machen, ja. Ja, wer soll er machen, oder? Ich hab eh schon gesehen. Willst du dir meinen Schwanz angucken und dann sagst du, wir gehen kurz raus, ich zeig dir meinen Schwanz. Und dann sagst du, ob deiner auch so aussieht. Soll ich das real machen? Okay, dann sind wir gleich wieder da. Pass auf, dein Aneurysma, bro. Chill. Nicht, dass das hops geht, wenn du zu viel. Mach es einfach hier. Mach aber hier in der Ecke. Okay, warte. Aber es ist so filmt, dass man es nicht sehen kann. Ja, ich bin ja in der perfekten Position hier, Alter. Krass. Ey, das ist übrigens gutes Timing. Warte mal, warum muss Tim grad ein neues Objektiv drauf machen? Was geht jetzt ab? Dass alles ein bisschen größer aussieht. Bro, es ist auch so frisch getrimmt. Also sieht einigermaßen fresh aus. Also hast du gecuttet? Ja, ja. Hab ich dir noch erzählt, bro. Achso, ich musste Hugo vorgestern erzählen, wie man sich rasiert. Aber können wir gleich... Hier hab ich mich geschnitten, glaub ich. Ah, geht aber. Sieht aber fresh aus. Du hast hier ein bisschen Haare vergessen. Aber ansonsten sieht es fresh aus. Okay, okay. Halt mal, halt mal. Nein, 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 nein. Nehm das. Ich halte das. Okay, seid ihr ready? Jo. Okay. Warum sitz ich hier eigentlich? Ich weiß nicht, ob du es jetzt anders erwartest. Mein Penis ist jetzt gerade nicht steif. Aber okay, ja. Also nur, dass du es weißt. Ja, ja, das ist ja gut. Okay, bist du ready? Ja. Was ist das? Ja, ganz konkret. Ja, okay. Ja, Nico, du musst weggucken. Ja, so. Ja. So sieht dein auch aus. Ja. Ja, so fresh.